Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am 3. August. Das grüßt wieder Christian Kemmerer und wir wollen natürlich wieder auf den Markt schauen und uns hier bei dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen zuwenden, den wir schon in der letzten Zeit häufiger im Fokus hatten, aber auch zu gutem Grund, denn die erwartete Preisschwäche findet hier Einzug, der Yen wieder stark, der Dollar wieder schwach und das sieht hier so aus, dass wir das relativ gut einfangen konnten. Wir finden übergeordnet hier zunächst mal im Wochenschart die Situation die, dass wir sogar hier eine schräge Abwärtstrendlinie einzeichnen können und jetzt versuchen wir auch mal einen Trendkanal draus zu basteln, der sich so darstellen könnte. Ich stelle jetzt immer die Gretchenfrage bei den Auflagepunkten, nicht wahr? Das ist eben gerade so ein bisschen die Krux an den schrägen Trendlinien, aber ich habe hier zwei Punkte, die mir eigentlich reichen, inklusive dieser kleinen Spikes hier, um sozusagen einen Abwärtstrendkanal zu skizzieren, der grundsätzlich hier intakt ist und auch jetzt hier in einer entscheidenden Zone, denn hier unten haben wir die Marke von 100 Yen und wir haben dieses Rechteck auch das letzte Mal schon thematisiert. Eine mögliche Zone, in der sich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen so ein Stück weit auspendelt, so ein Stück weit orientiert sucht, findet. Also hier letztlich geht es darum, wird der Markt jetzt hier weiterhin seine übergeordnete Schwäche im Sinne des Abwärtstrendkanals jetzt durchziehen, denn wohlbemerkt seit Ende 2015 kippt das Paar mit hier einer großen Top-Bildung nach unten und hat ja natürlich jetzt hier eben die Marke von 100 Yen bereits schon touchiert, die Marke von 100 Yen auch psychologisch wichtig und auch für die Bank of Japan sicherlich ein wichtiges Level, neben dem, dass wir hier bei 130, also 101,30 Yen so eine Support-Zone haben, hier horizontaler Natur, leitet sich hier aus den Vorjahren ab. Eine sehr, sehr schöne Unterstützungszone, die im Prinzip auch hier so gut wie verteidigt werden konnte, aber die Marke von 100 Yen ist eben doch so eine Marke, wo die Bank of Japan hier ja sowohl verbal als auch aktiv hier intervenieren werden müsste oder interveniert hat schon und wieder intervenieren wird. Das wäre zumindest mal die Annahme, denn hier eine weitere Schwäche des US-Dollars und eine weitere Aufwertung des Yens entsprechend ist hier keinesfalls gewünscht. Würde auch so ein Stück weit die Politik der Eponomics bzw. von Shinzo Abe aus eben Japan hier in Frage stellen und natürlich auch die ganzen Maßnahmen, die während der letzten Jahre getroffen wurden, hier so ein Stück weit relativieren. Da hat Japan nach wie vor dran zu knabbern und die Situation ist eben die, es hier nicht weiter ausufern zu lassen im Sinne der Yen-Aufwertung. Aber rein technisch wäre hier, und das muss man am Wochenstart definitiv ableiten, weiteres Potenzial, wenn wir die Marke von 100 Yen unterschreiten, bis in den Bereich von 94,50 Roundabout. Auch hier wieder eine Zone, da müssen wir noch mal ein paar Jahre zurück, drehen uns aber hier eine Zone, die durchaus von der Price Action her immer wieder interessant war in den Jahren 2013, 2010 und hier auch 2009. Und insofern eine ableitbare Unterstützungszone, die hier durchaus ein mögliches Ziel-Level darstellt. Also achten Sie darauf, wenn es unter 100 Yen geht, insbesondere auch per Wochenschluss, dann denke ich, ist im Prinzip der Startschuss gefallen für mindestens weitere 500, 600 Pips nach unten. Und natürlich das nicht im Sinne der Bank of Japan, deswegen darf man hier mal gespannt sein, ob die Bank sich dann doch wieder entgegenstellt, weil gewünscht, wie gesagt, ist es definitiv nicht. Hier der Tagesschart, wo wir unlängst den Short-Move sozusagen antizipiert haben. Wir haben hier überlegt, in diesem Widerstands-Cluster hier oben im Bereich 156,50, eine mögliche Short-Position in Erwägung zu ziehen. Und letztlich hat sich der Preis ja hervorragend entwickelt, da lässt sich gar nichts dran rütteln. Chance-Risiko-Verhältnis optimal und wir laufen auch hier in das erwartete Ziel 101, 100 Yen. Da wird es, wie gesagt, ganz interessant. Wir haben, wie gesagt, hier schon zuletzt immer wieder da auch Umkehrbewegungen gesehen und jetzt stellt sich dann eben die Frage, was passiert, wenn wir wieder dorthin laufen. Heute der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen erst 60 Pips gelaufen. Reim vom Potenzial her bewegt er sich so um die 150 Pips während der letzten Tage, Wochen. Soll heißen, es könnte heute durchaus zu einem Touch der 100 Pip Marke kommen. Also rein potenziell mit einem kleinen Überschießen wäre dieses Niveau auf jeden Fall heute touchierbar. Und dann wären wir im Prinzip auch schon am kompletten erwarteten Move, den wir hier schon abgearbeitet hätten. Wenn da nicht auch noch die Saisonalität wäre. Denn wir haben hier vorausliegend, Sie sehen es ja, im August im Prinzip schon mal einen sehr, sehr schwachen Monat, der den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen rein saisonal betrachtet weiter drücken dürfte. Und das Ganze geht auch noch im September weiter. Wenn wir jetzt nochmal 20 Tage drauflegen, also hier bis in den September reinschauen, sehen Sie, die Saisonalität zeigt hier ganz klar nach unten. Das sieht hier keinesfalls positiv aus und gibt dem Währungspaar aufgrund der technischen Situation hier auch nicht wirklich einen Rückenwind. Aber man muss eben darauf achten, was passiert hier im Bereich der 100 Yen Marke. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt nochmal den großen Chart zeigen vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems hier im Jahrzehnte-Chart. Und Sie sehen hier die massive Abwertung gegenüber dem, die massive Abwertung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen. Und das gipfelte ja hier, wie gesagt, zur Finanzmarktkrise in neue Lows. Dann kam hier die Politik von Shinzo Abe und eben dem kompletten fiskalischen und politischen Regierungswechsel. Es führte hier zu einer massiven Abwertung des Yens, Aufwertung des US-Dollars, der dann hier aber im Bereich um 124, 125 Yen stoppte. Hier eine sehr, sehr schöne Widerstandszone vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise sozusagen. Ein exaktes Level und unter ganz großen Big-Picture-Gesichtspunkten muss man sagen, würde der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen erst wieder stark bullisch werden, wenn wir dieses Level hier, diese Widerstandszone, speziell 125 Yen, überwinden auf Monatsschlusspreisbasis. Wenn das passiert, dann haben wir sicherlich hier erhebliches Potenzial nach oben. Klar, wenn man dann hier die Hochpunkte der früheren Jahre nimmt, sind das sicherlich erste Ziellevel, aber grundsätzlich wäre da richtig Luft nach oben. Jetzt sehen wir aber hier vielmehr, dass wir an einer Unterstützungszone sind, die nicht nur bis zur Finanzmarktkrise zurückreicht, sondern auch hier schon im Bereich der 90er Jahre interessant war. Und wenn wir eben die Marke von 100 Yen unterschreiten, ja, dann kann es im Prinzip durchaus schnell gehen und dann hier eben weitere Preisverluste, beziehungsweise vielmehr eben eine weitere Abwertung stattfinden. Und das muss man ganz klar hier im Fokus behalten. Wird definitiv ein heißer Sommer noch werden. Ich glaube, wir haben da hier sicherlich noch was zu erwarten. Achten Sie hier auch auf die Korrelationen im Sinne der Yen-Pairs und der Aktienmärkte. Wenn die Aktienmärkte hier schwächer tendieren, also Kursverluste zu verzeichnen haben, dann wertet der Yen in der Regel auf. Das dürfte hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eben dann auch zu einer Preisschwäche führen und eben hier eine ganz interessante Tatsache. Gut, heute Nachmittag, liebe Zuschauer, gibt es wieder das JFD-Devisen-Radar-Webinar. 15 bis 16 Uhr, da sind Sie eingeladen. Da werden wir auch nochmal auf das Cable schauen, auf das britische Fund gegenüber dem US-Dollar. Aber auch ein Big-Picture-Shart und für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen wäre ich heute erstmal fertig. Ich sage danke für sein Schalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag oder morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und tschüss. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.